Wenn man als Frau heiraten möchte, aber keine muslimische Familie hat, wie heiratet man dann? Dann meldet sich die Schwester bei uns, DMG, und der Vorstand der DMG, der Imam der DMG, ist dann ihr Vormund und verheiratet sie, inshallah. Das heißt, sie soll sich bei uns melden, bei DMG.